Ich bin extrem enttäuscht von meinen Lieblings-Fans, dass sie sich an der Impfdauerwerbesendung beteiligen. Ich hätte mir das viel eher so gewünscht. Junge, warum hast du dich geimpft? Guck dir den Dieter an, der geht sogar auf Demos und kämpft für unsere Freiheit. Junge, und wie du dich nun brüstest mit deiner neuen Freiheit, die früher üblich war. Danke, dass du mich ausschließt als Ungeimpfte. Like mich am Arsch, paradie, paradada. Du kannst dich gerne dran liken. Danke für den Impfdämm, ich lass ihn tausen. Like mich am Arsch, paradie, paradada. Das ist alles nur, weil ich nicht möchte und ich nicht weiß, wie ich es erklären soll. Komm, ich zeig dir, wie gut mein Immunsystem ist und leb ohne Impfung völlig normal.